Also meine Stärken sind Fußball und auch viel Sport. Dann lesen, rechnen, schreiben. Eigentlich mag ich am liebsten Fußball spielen. Dass man Sport machen kann, dass man auch mal sich austoben kann, mit Freunden spielen kann. Es ist ein sehr angenehmes Gefühl, wenn du dann einfach mal nichts machen willst. Also ich kann anderen gut helfen und halt öfter zeigen, wenn sie was noch nicht sofort verstehen, wie es geht zum Beispiel. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man den anderen hilft, weil man weiß, die sind ja manchmal auch so verzweifelt wie man selber. Und das ist ja dann auch gut, wenn man Hilfe bekommt. Weil sie verstehen es ja nicht und möchten es aber gern können. Und dann ist es, glaube ich, schon gut, wenn jemand einem dann sagt, wie es geht. Manchmal braucht man auch wirklich Hilfe. Aber ich probiere gern selber alleine. Das stärkt einfach die Verbindung zwischen zwei Menschen. Wenn sie sich helfen, gut kennen, das stärkt einfach die Verbindung. Das ist nicht, glaube ich. Untertitelung des ZDF, 2020